Guck, morgen Jungs und andere Insektenentferner. Heute haben wir Company. Aber sie ist lethal. Ich habe mich heute entschlossen, einer random lethal Company Lobby zu joinen. Und was passiert, das könnt ihr ja gleich selber rausfinden und so, ja. Wie immer, nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Und wenn es euch gefällt, zur Unterstützung, könnt ihr ja einfach so Insektenklebt an meinen Cock fest kommentieren. So. Henry! Jungs, ihr seht noch gar nichts. Ich weiß, es ist schwarz. Düstere Leere hier links neben mir. Hi, düstere Leere. Denn das Ding an der ganzen Sache, Jungs, ist, heute probieren wir mal ein anderes Spiel. Lethal Company. Ich habe persönlich null Ahnung in diesem Spiel. Deswegen tut mir leid, wenn das Strolling-Niveau bisher jetzt noch nicht auf dem höchsten Level ist. Aber ich verspreche, ich komme dahin. Aber ich wollte trotzdem meine ersten Erfahrungen mit euch teilen. Alright, dann confirm die Scheiße. Oh, hallo. Ah, hallo. Weißt du, Obama? Ist das möglich? Ja, das ist möglich, wenn du mich genauer anschaust, unter der Maske bin ich weiß. Deswegen wird mir das N-Wort verboten. Jungs, ich bin ehrlich mit euch, ja. Ihr werdet eventuell meine Senpais sein müssen. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Alles gut, ich auch nicht. Ich hasse euch alle. Training, das nehme ich. Z? Hier im Crew kannst du oben blättern. Ah, danke, Jungs. Leider bin ich Legastheniker. Kann das jemand vorlesen, so? Lass mich mal gucken, lass mich mal gucken. Ich bin blind, leider. Ich kann das nicht lesen. Äh, scheiße. Jungs, ihr müsst das übernehmen. Service Manigel. Okay, und was heißt das? Okay, okay, dann stopp mir einfach mal rein. Ich bin dabei, einfach Jaller Rainer. Ich bin so der, das überfordert, ich sage ehrlich. Okay, Jungs, wir gewinnen das Ding. Oh, ihr danced. Wie kann man so dancen wie du? Wie kann man so dancen? Äh, eins. Eins. Oh, oh yeah. Oh, Jungs, wir haben die Groovy Ass. Folgst mir jetzt. Oho, Senpai. Also, mit rechts kannst du jetzt gehen und dann siehst du, das ist Main Entrance. Ah, okay, okay, ich sehe schon. Oh, okay. Jetzt müssen wir Schrott suchen. Schrott, okay, okay. Gibt es irgendwie auch Taschenlampen oder muss ich dich einfach so verfolgen? Ja, Taschenlampen gibt es halt, die müssen wir dann kaufen. Ich bleib bei dir, Red Dev. Okay, bleib bei mir. Guck, mach mal rechtsklick, dann siehst du das Grün, ne? Ah, und das ist Schrott dann, oder wie? Genau, genau. Dann gehen wir mal zum Haupteingang und dann legst du das einfach da hin. Perfekt, Digga, ich küsse dein Herz, dass du mir das alles ein bisschen beibringst. Nicht so schnell. Oh, 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 oh. Jungs, ich sehe dich bei einem ganzes Trink, Digga, weil ich plötzlich sowas Oranges mich anschrimmt. I'm scared, Mom. Das ist wie ein fettes Labyrinth. Ich laufe einfach irgendwie geradeaus. Pass auf, hier gibt es auch Schütze und Minen. Warte, Minen? Okay, Minen sind neu für mich. Okay, interessant. Jungs, wer schreit? Wer schreit? Warum schreit hier jemand? Nein, Johnny, Johnny. Ist alles noch gut? Was ist los? Nein. Jungs, Jungs, Jungs. Es ist hässlich und groß. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. Jungs, der Weg ist versperrt. Da ist ein dickes Händesliess Monster. Oh, fuck. Das ist ja scheiße. The most part, Leute, boy. The lazy is the boy. Boy, zum Fick war ich fucking faul. Ich muss mich mal ein bisschen umgucken. Das kann ja nicht sein. Ein Schlüssel. Jungs, wir haben einen Schlüssel. Wen soll ich aufschlössern? Mich, nicht bitte. In der Hand eines gefährlichen Serienmörders ist alles eine gefährliche Waffe. Even eine 5mm-Stachel. Let's go. Oha. Oh, scheiße. Ich bin so ein Kacke. Bisher ist das Spiel sehr interessant, Jungs. Ist ein bisschen ähnlich zu Phasmophobia. Statt Geister, ein Monster. Ich bin rüber. Oh mein Gott. Ich hab schon sowas gesehen. Das sind immer die ekligsten Folgen an Star Wars gewesen. Der ist ganz auf sich allein jetzt gestellt. Ah, mach ich der Scheiße. Gott, ich hab echt gerade rausgefahren. Er wird sterben, er kennt das nicht. Warum stimmt der? Der die Blitzer einschlagen wird. Oh nein. Man hört ja. Wir haben ihm die Mechanik geklärt. Komm schon, du machst uns reich. Rein, rein, rein. Oh, schon wieder der Faulste. Ich würde sagen, einer bleibt im Schiff zum Saben. Ich geh rein, ich brauch die Action. Irgendwas flog auf mich. Ich schwöre, ich bin zu angespannt für die Scheiße. Jungs, ich piepe. Wenn ihr das Piep nicht mehr hört, dann bin ich tot. Mega, die blöd, Junge. Scheiße. Fette Spinnen, richtig fette Spinnen. Oh nein. Nein, 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 warte. Geh du vor, geh du vor. Geh du vor, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Komm, 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 komm. Hier rein. Ich logg sie raus. Ich will da nicht rein. Ja. Ich hab den Feuer mal Ausgang gefunden. Was hast du für einen Ausgang gefunden? Den Feuer, Axel. Okay, okay, okay. Du hast doch keinen Bock auf die Scheiße. Komm, komm, komm mit. Der da drinnen fette Spinnen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Geh mal nach vorne hier. Nein, 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 nein. Fass es an, bitte nimm es in den Mund. Nein, geh weg damit. Schön. Ah, ah. Hör auf. Hör auf, dich darüber lustig zu machen. Das ist nicht normal. Rädda. Okay, okay, ich hab keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Ich hab keine verschissenen Ahnung, wo die hin sind. Sind die da hin? Darüber? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt, um trollen. Ich bin jetzt, um getrollt zu werden. Nein, 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 nein. Sprit doch, du fetter Pasta, Digga. Nein, ich will hier nicht mehr sein. Spritte. Jungs, wo seid ihr? Ich hab Angst um mein scheiß Leben. Ich hab irgendwas krabbeln hören. Okay, komm zu mir, komm zu mir. Jungs, wo seid ihr hin? Ich versteh's nicht. Okay, ich muss einfach. Oh Gott. Hier bewegt sich was vorne rechts. Geht's da an? War, ist, äh, Obama hier? Das ist mir genau das selbe passiert. Wir sind im selben Loch. Jetzt ist der Dude alleine, ey. Hallo? Ist hier noch jemand? Bitte gib mir ein Zeichen. Same vibe wie Joe, Brunzulio. Hallo, hallo. Ja, Big P hat ein chilliges Leben. Ja, ciao, 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 ciao. Hättest du die eine Tür weitergehen können? Ich hab sie für dich geöffnet, aber dann bist du irgendwie umgedreht. Keine Ahnung. Ich hab ein komisches Geräusch gehört, dann bin ich weggeheb. Ja! Ja, ich bin nicht mehr der Faulste. Let's go, Jungs. Okay, danke. Ich mag es dunkel, da ist es mehr erotisch. Ich tue mir meinen Suit-Change von orange zu orange, nice. Da, schau mal. Ja. Da, guck mal. Was ist denn? Da. Was ist denn? Ja, da. Ja, was denn? Was ist da? Ja, da. Guck hin, wo ich zeige, da. Ja, Mann. Da! Ja, ich guck da. Siehst du es nicht? Ja, Marcel, da ist doch was. Ja, was? Ja, da. Ja, dein Edel. Oh, okay, 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 vorsichtig. Ich will nicht noch mal runterfallen. Let's go. Okay, hier beachten, bitte nicht so auf die Glocke hier drücken, ja? Oh, ich muss was reintragen. Okay, okay, warte, warte, ich trage auch noch was. Eh, eh, eh. Okay, nice. Haben wir alles? Das ist ja kacke Scheiße, ey. So, ich hab's gemacht, alles gut. Das ist ein Plüschtier. Weg da, weg da. Dratini. Oh, Digga, ich bin einfach gestorben. Gut, wir sind weg, wir sind fertig hier. Digga, du hast meinen Arsch gerettet, ich bin dir ewig dankbar. Oh, Mama, oh, Mama, komm mal her, komm mal her. Siehst du die Kerl? Welche, welche? Nehmen wir den Bettler. Oh, mein Gott, ja, ja. Ich tanze da, ja, alles gut. Ich tanze da, Digga. Ey. Ey. Ich würd so gern den Mod haben, wo man twerken kann. Ach, ich würd nicht lieben. Krieg ich eventuell die Schaufel? Äh, ja, wer wills. Ich hau mich nicht, ich sag dir, sag dir jetzt schon. Ey, ich hau niemanden. Ich hau mich nicht. Ich hau niemanden, keine Sorge, ich bin ganz hochsichtig und sanft mit meiner Schaufel. Springen, springen. Ja, ich bin schon, jeder Atom in meinem Körper will das. Ja, jeder Atom will das in meinem Körper, dass ich spring. Oh, oh. Okay, jetzt warte mir einfach. Nicht trinken! Nein! Nein, 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 nicht ins Wasser. Äh. Ah! Ist Gott, Obama gestorben? Ist der hier runter? Oh, nein. Die Jahre, wenn die Jahre gebührt. Okay, ist dein Boot. Entschuldigung, ich feier die Dudes. Oh, Jungs, es tut mir so leid, ich musste testen. Es tut mir leid, ich wollte testen, was es ist. Ja, ja, wir gehen nochmal rein. Oh, eine Taschenlappe. Oh, so, gerade eine Schaufel. Taschenlappe musst du auch mitnehmen. Ah, kann ich es, ich wollt jetzt niemanden was mitnehmen. Okay, scheiß auf Wasser, man kann nicht schwimmen, okay? Papa hat sich nie die Zeit genommen, wieder schwimmen beizubringen. Jungs, wieso seid ihr so scheiße schnell und nicht so langsam? Weil du fett bist. Wegen meinen Männertitten. So fett bin ich übrigens gar nicht. Ich bin ziemlich normal für mein Alter. Wer braucht eine Schaufel? Kann ich damit Spinnen schlagen? Gib den Spinnen aus dem Maul. Ich bin dir aus dem Maul vielleicht. Komm her. Komm her, komm her. Willst du? Hä? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Sei, Mann. Sei, Mann. Ja, komm. Okay, okay, okay. Keine Sorge, keine Sorge, ich mach dir nichts. Nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Okay, nein, nein. Ja, er hat geblockt. Er hat geblockt. Komm her, komm her. Du bist hier dein Kass, ich mach. Paranoia. Oh, was ist das? Nice. What the fuck? What the fuck? Digga, das klingt wie diese Stöhnen, was ich in jedem Nieder話. Voll, voll, voll. Ich katt's in die Ahnung. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Ich muss irgendwas gucken. Ich muss ein bisschen gucken. Ich will auch mal was sammeln. Ich habe eine Schaufel für mich unbesiegbar. Komm her, komm her. Schau dich jetzt. Ja, komm her. Okay, jetzt gibst du einen aus dem Maul. Komm, du wolltest nicht anders. Okay, okay, okay. Gehst du in Blocking-Modus, hä? Oh! Oh nein! Nein! Du bist der Pannter wirklich gestorben! Der ist wirklich gestorben! Ja, natürlich ist er wirklich gestorben. Ja, ich habe gerade das Loot. Da ist gerade das Loot. Guck mal, ich habe sogar einen Teekessel. Boah, Digga, die ist ja riesig. Ich meine, das ist durchschnittlich. Das ist durchschnittlich. Warte, was ist hier? Ja, hier ist es doch. Freedom! Digga, dieser Teekessel macht mich einfach übergewichtig. Warte auf mich, Meister. Ich bin scheiße fett. Ja, ich bin auch fett. Einen kleinen Schlag kriegt ihr doch auf dem Hinterkopf. Ist doch normal, der hat jeder bekommen. Ist wie Arschbohrer. Oder Monte? War das gerade eine Ansage, oder was? Du wirst mich auf dem Bildschirm beobachten. Das bin ich. Aber wenn ich vom Riesen gefressen werde oder wenn ich mich nach einer längeren Zeit nicht mehr bewege, dann musst du das Schiff starten. Okay. Aber du musst überleben, damit der Lootzeit kommt. Okay, alles klar. Scheiße. Hätte ich dir noch am liebsten einen Arschbohrer gegeben. Okay, der schafft das. Der bewegt sich. Er ist ein Kluger. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwas bewegt sich hier! Oh, komm schon, Kollege. Du schaffst das! Komm schon! Komm schon! Er bewegt sich noch, oder? Hallo? Du machst das, komm! Du bist so nah! Du bist so klar dran! Komm schon, Digga! Du schaffst das! Du hast ein Ziel! Du bist die Liebe! Was zum Fick ist das? Okay, okay! Hebe ab! Hebe ab! Hebe ab! Ah! Ich hebe ab! Nichts hält mich am Boden, Digga! Nee! Man sieht sich! Es tut mir leid! Du hattest den Größten von allen! Tja! Siegesgeheul! Sustained the most injuries! Was? Hey, Digga, was kann man hier eingeben? Was? Please enter favorite animal! Mach hentai! Hentai? Okay! Grüße, warst zu Tiere! Punkt, Punkt! Ah! Please describe your own team dynamic! Gay! Okay, ich habe keine verschissene Ahnung, was man damit macht, aber auf jeden Fall ist es funktioniert irgendwie. Wir brauchen noch 90 ungefähr. Magst du das? Ja! Ich habe gehört, jemanden mag schlägen! Oh, 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 oh! Warte, warte! Ja, ja! Arschbohle kriegt jeder! Okay, 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 okay! Spring, spring! Ja, Digga, erlaub mich zum Spring zu verurteilen! Hm, rein in den Arsch! Ganz komische Fetische! Oh, ja, hier fühle ich mich sicher und wohl! Let's go, Big P, du und ich! Ah, 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 ah! Es liegt auf mir! Es saugt an mir! Es saugt an mir! Ernst, es tut weh! Es schmerzt! Oh, das ist doch Schmerz! Oh, das ist doch Schmerz! Digga! Ich lach nur, ich habe ihn nicht verstanden! Absolut nicht! Die gehen sogar noch mal rein, die haben dicke Klöten! Eine müsste drin bleiben zum Saving! Eigentlich schon, das wäre ziemlich awesome! Oh nein! Ich hatte leider einen Error! Ich muss sagen, das war meine Erfahrung! Ich glaube, Liefel Company ist richtig gut trollbar! Ich sage ehrlich, mit der Schaufel und so alles! Und Leute ein bisschen mittel rauslocken und so! Ich werde mal probieren, anderen Content natürlich noch mit Liefel Company hochzuladen, wo es ein bisschen mehr in die Trolling-Schiene geht! Und ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem natürlich gefallen! Wenn natürlich, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da! Ich bin eure Gurke! näh... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.